die macht weniger schaden und macht nur ein bisschen mehr präzision habt ihr es jetzt ihr vollidioten? furchtbar wir machen jetzt direkt den nächsten informanten da drüben aber wir haben tatsächlich auch schon wieder ein neues müllkippending der hat uns anscheinend doch was gesagt was er nicht gesagt hat ja richtig ja aber ist halt so ne sollte der hier nicht drin sein ok machen wir das jetzt kurz einmal so weil ich das den gerade markiert hatte auf geht's das passt doch schon so ist da noch ein ganzes bisschen so weiter gehts fronin so tut mir leid aber wenn ich passt doch ganz ehrlich diese zwei meter kannst du bestimmt auch von hinten reingehen safe ja normal bambino ok hier ist einfach niemand ne wo sind die dann? achso den am auto den sollst du befragen naja guck wer ist das nicht warte was liegt denn da? das ist nur das radio oder ist es nicht eigentlich immer so dass ein punkt verschwindet wenn man den anderen informanten schon gefragt hat und das ist jetzt einfach nur verpackt gerade? ich glaube nämlich schon sollte es eigentlich nicht sein dann nimmt man wo ist mein wagen schon wieder? ja da drüben dann nimmt man den wagen und ist egal entweder machst du jetzt erstmal den töter ja den würde ich zuerst machen mal das geht immer ganz easy einfach nur einen kurz wegrotzen muss man ja nicht mal stealth machen kann man hier direkt voll reinhauen auf geht's freunde das ist halt echt so geil dadurch dass die Babys so klein sind klärst du jetzt quasi das ganze Gebiet in deiner Aufnahme ja aber das geht halt echt schnell das geht zwar geil aber gerade nicht und du hast hier wieder ganz ganz viele Elektro-Teile oh nein irgendwie so ja aber das mach ich wieder aufzunehmen ich frag mich warum es so viele von den Dingern gibt weil ich mein wir haben jetzt schon 120 ja es gibt halt unendlich viele ja egal ich will das Spiel auch 100% haben ja das Spiel ist echt nice muss man einfach mal so sagen ich muss da runter nicht dagegen da runter ja ich hab's zu spät gesehen ja ja aber ich dachte ehrlich gesagt man muss einfach weiter fahren weil das so abgesperrt aussah aber noch nicht hoch denn ich überfahren am besten einfach alles geilste komm 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 alter das kenn ich auch schon die Mission glaub ich von Gamestar das kenn ich auch schon die Mission glaub ich von Gamestar was von Molly oder so mal reinhauen nee war nicht irgendwie Steuerung Steuerung get right nachladen erstmal nachladen jetzt ich gebe erstmal ihm den den du töten musst und dann in den Rest jetzt schiefe 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 das bin ich hierher gehört fast get right fast get right der muss fast get right der muss natürlich den Schnitt wieder versauen der Bastard das war richtig geil heilige scheiße das war richtig gut oh nice Kohle 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 oh yeah so und jetzt vielleicht dahin vielleicht geht's ja jetzt soll ich da jetzt nochmal kurz vorbei cruisen achso bei den Informanten weiß achso weil da sollst du jetzt hin oder ne das hab ich mir jetzt gerade ausgewählt ne mach 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 das hier unten ja so nicht dass du jetzt wieder hin fährst und das dann wieder nicht funktioniert ok ja das wär ja voll die verschwendete Zeit einmal drehen gerade jetzt schön am Anfang der nächsten Folge oh ja kannst du nicht einfach hinter dir länks fahren ey du fährst jetzt voll den Bogen bin mir nicht sicher weil einfach um die Möcke zu rohen ey ich bin hier gerade durch ich hab gelenkt du hast nicht gelenkt ich hab gelenkt Spinner was sollst du einfach mal über die Straße machen ja boah jetzt hab ich eh gedrückt aus Versehen nicht dass ich ausgesprungen wäre ja ja das ist halt du weißt ganz genau wie das bei mir ist ich nehm auf ich feier wieder der letzte Vollspaß wir nehmen nicht auf ich mach die geilsten Moves ever ja wahrscheinlich oder ja das hast du letzte Woche selber gesagt low hat so dann sind wir jetzt leider schon wieder da mhm 18.250 Schaden müssen wir noch machen easy wollen wir das Geld versteckt der Putzkolonne aus ja die Putzkolonne ich tippe mal auf die äh wollen wir so die Leichmüllseite hier oben ne evtl. Digga wie kommst du da raus da raus da raus alter what the fuck drunter am Ufer war kurz mal ne kleine Ansammlung vom Gegner stylisch so alter 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 alle töten ey wie schlimm wow die haben halt praktisch geparkt die kann Kanaten wär jetzt echt geil ey komm komm gib erstmal ihm hier vorne direkt mhm er gehört nicht dazu ne aber ihn kannst du trotzdem töten echt echt wusste ich gar nicht was er tot war voll langweilig Das stimmt. Ey, wieso kann ich denn... Das wird lustig. Das ist nur ein Schlaf. Okay, das war nicht heil, oder was? Nee. Wow. Alter, was ist denn jetzt passiert? Alter, okay. Und alles wieder heil. Geh mal außenrum einfach. Was zur Hölle war das denn? Da waren einmal kurz null Friends. Komm, scheiße auf das Elektro-Uteil, Alter. Lol. Wollte ich gar nicht machen. Du konntest doch von der anderen Seite geradeaus reingehen. Das muss natürlich erstmal looten, du weißt doch wie das läuft. Kann man mit der AK eigentlich one-tappen? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Probier mal. Ja. Mach immer Double. Das sind immer zwei, ne? Hä? Er schießt da durch, oder was? Was ein Cheater. Und noch einer. Ach, komm schon. Präzision ist nicht da. Ist da. Oh, sie sind alle tot. Immerhin, 6500 Schaden müssen wir noch machen. Easy. So, dann sollen wir hier noch einmal die Kohle ein? Ein... Ich denke mal, dann würde es auch schon passen. Da war noch eine Notiz wieder. Echt? Ja. Ja. Ey, komm. Nimm das Geld. Stimmt vollkommen. Ja, hier. Viel Spaß damit. Einmal anhalten, falls ihr es lesen wolltet. Gut, dann machen wir einmal rüber in die andere Halle und den Medizinschrank und so weiter. Genau. Kann ich hier das auch aufmachen? Ja. Kann es alle aufmachen. Ich weiß nicht, ob es so schlau war, dass du es einer auch gemacht hast. Ja, ich wollte es anders machen, als geplant, aber... War schön. So, und da scheint wahrscheinlich der Rest zu sein. Ist gut möglich, ne? Ja. Vielleicht. Sehr schön. Geil. Und wir haben schon wieder 16.000 übrigens, ne? Genau. Dann fangen wir jetzt noch einmal hier hin. Kannst du die... Sorry, aber... Oh, nein. Blöf nicht. Wir haben den hier reinkommen. Blöf nicht, du kannst den hier rein rumfahren. Ach, Mann. Hau mal rückwärts. Vielleicht ist ein Tor oder so auf der anderen Seite höher. Das hier ist höher. Das hier ist höher. Das ist echt höher. Komm. Dann wird das zwar ein langer Weg... Ach komm schon! Ja! Oh, ist das cool. Äh, ist die Frage, du kannst die Gabeln bewegen? Nö. Soll ich mir das echt anfangen? Nein, bitte nicht. Ach, Mann. Der Gast sind 600 Meter. Das war aber so schön. Wie geil, dass der Gabelstoff eine Radio hat, ne? Ja. So, auf geht's, Freunde. Du musst jetzt wieder mit dem Informanten reden, oder was? Richtig. Und dieser komischen Frau. Ich bin total verängstigt, oder? So. Ich fand der Emanuel-Typ, ne? Wohin? Der hat voll so geredet wie Knöppel. Ne, das war nicht Emanuel. Der Typ, der uns immer die Waffen bringt. Äh... Die Waffen bringt? Ach so. Der hat einmal voll so geredet wie Knöppel. Fuckin Indri Takatuka. Sag was machst du da? Ich wollte eigentlich nur... Hey, ich bin festgenagelt. Er hat kein Blei mehr, mach ihn tot. Hey, ich bin festgenagelt. Das passiert das nächste, du Wickel. Oh geil, du musst. Einmal kurz. Gemacht. Spiel auch, wenn du ihn nur töten musst und noch nicht mal dieses scheiß Müll oder du zerstören musst. Dann passt das ziemlich gut, ne? Das stimmt. Elektroteile sag ich jetzt einfach wieder komplett. Ich wollt grad sagen, Mensch, du hast ein Elektroteil liegen lassen. Echt jetzt? Wir haben am Schluss gespannt, wenn wir wieder das Spiel durch haben, wieviel Elektroteile wir haben. Ja, wieviel übrig bleiben, ne? Krass. Gut mit eingesetzt. Ach, sehr gut. So gut gemacht. Mitgedacht, du. Ja, guck mal, hier kannst du zum Beispiel auch wieder direkt so einen Kasten aktivieren und würde ja wieder alles in der Umgebung angezeigt werden. Ey. Du bist jetzt schon ein bisschen dran vorbei. Diese Abwöcke, ach so, ja, ja, ja. Dann wird ja alles in der Umgebung angezeigt. Ja, ja, das mache ich auch alles außerhalb der Aufnahme, sonst sprengt das uns komplett. Ja, klar. Ja, nochmal. So, Leigh. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Was geht? Hä? Hä? Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da rein manövriert hat. Ey, diese Frau ist so geil, ne? Das stimmt. Wo ist der? Was ist denn? Der Helf? Der ist draußen. Ach so. Draußen um die Ecke. Ah, so. Ja, das ist sonst halt nicht so, dass die... Da war ja, aber letztes Mal auch schon. Ja, das habe ich vergessen, Mann. Ganz am Anfang der Aufnahme haben wir uns ja. Vor einer halben Stunde. Vor genau 30 Minuten. Ja, guck mal, wie lang das schon her ist. Mensch, also jetzt wieder zur Müllhalde und ihn töten. Geil. Jetzt wahrscheinlich dieses riesen Bla... Was ist das, Mann? Ist das ein Anzeige-Bug, oder was? Ja, ich glaube, ja. Ich habe es fast in die Bullen reingefahren, bei Diana. Wollen wir vielleicht vorher nochmal, also kurz bei den Wachländer gucken, ob es noch irgendwas cooles gibt, damit du da gleich mal ordentlich alles auffrischen kannst? Oder willst du Stealth machen? Eigentlich Stealth. Ja, okay, dann nicht. Dann machen wir es. Dieser Tunnel ist cool. Den mag ich. Okay. Ist ein Tunnel. Okay. Es ist einfach ein Tunnel. Okay. Wolltest du mal erzählen, dass es ein Tunnel ist? Oh, okay. Oh, okay. Du kannst ja auch hier anhalten, wenn du über den Zaun gehst. Du kommst von hinten rein. Also, ne, über den Zaun kommst du jetzt natürlich nicht rein. Nein. Nein. Ich fahre jetzt genau da vorne rein, wie er in die Zeit. Wow. Ich glaube, es sind diesmal noch ein paar mehr Leute, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Ich glaube, es müssten nur um die zwölf Stück sein. Hilfenmoni habe ich. Ah, reicht. 17 Schuss. Reicht. Ganz easy reicht das. Stell dich einfach hinter die Wand und pfeif. Ich glaube, so war besser. Ja, ich weiß nicht. Der andere hätte ja auch erstmal blöd geguckt, bevor er was gemacht hätte. Ihn kannst du auf jeden Fall killen. Sehr schön. Jetzt geh da hinten wieder hoch, ne? Treppe. So, den da oben mach ich so. Guck mal, das sind gar nicht so viele. Ne, sinds auch nicht. Vielleicht erstmal ihn hier unten nochmal. Gottverdammte Betrüger. Ey, die Schreie waren so geil, Alter, ne? Links von dir sind noch welche? Genau, vielleicht... Erstmal oben. Ja. Erstmal oben. Oben ist immer... Rein rushen? Gefährlich. Vollkommen richtig. Ui. Das ist so übel, ne? Das stimmt. So, wenn ich mich nicht täusche... Sind das nämlich auch gar nicht mehr so viele. Ne, in dem Haus sind halt noch ein paar, ne? Pfeife. Hm. Hä? Das hat der andere nicht mitbekommen, glaube ich. Ihr macht uns fertig! Da! Schnappt ihn euch! Du dumme Nutte! Was schießt du einfach? Was fällt dir aus? Nimm die AK, Alter. Du bist nicht so ein Get-Right. Nein! Nein! Spann dich, ganz easy hier. Auch geil, dass das Haus wieder steht, ne? Also die Mauern... Alles gehandelt ist aber trotzdem noch ripped. Echt? Stehen wir da? Ja, guck mal, die Mauern stehen noch. Die Mauern wurden noch auch auseinandergefettt. Ach, nach vorne. Na, hat ihn gesehen? Scheiße. Versuchen wir es hier drüben. Was? Get-Right ist nicht da. In oben. Unten sind auch noch welche irgendwo. Unten in der Ecke. Weil wissen die denn das? Die sehen das doch gar nicht. Das ist so geil, ne? Ist doch gemein. So. So. Vielleicht. Ne, 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 ne. Shut the fuck up. Dies is. Dies is! Boah, Alter, da dachte ich, ich fall runter. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Was ist denn mit ihm passiert? Da war ein bisschen Buggy unterwegs. Das ist verdammt. Da ist der. Die Nacht sollen sie sind deine schworen Sohn. Warum haben diese Hugen Sinn eigentlich immer mehr Leben als die anderen? Die Millions waren lustig. Der ist auch cool geflogen. Probier es mal mit mir, Großer. Willst du das? Ich glaube, er ist da uns. Oh, shut the fuck up, Mann. Mal gucken, was und wie viel Geld er gibt. Aber ich würde sagen, wir haben genug Geld sonst, ne? Leck mich. Ich werde auf einer beschissenen Müllkippe in. Und der Typ hat so viel Scheiße gebaut. Ich wünschte, ich gehe bei einem anderen Weg. Ah, okay. Booyah. Wir hatten nun nicht mal eine andere Wahl. Und wir brauchen wieder den Waffentypen. Wir sind nämlich out of money. Richtig. Cassandra. Sehr schön. Das war das erste Autoteil, ne? Verbesserter die Federung. Ja. Nice. Erstmal kaufen gleich. Ich bin immer, du kannst nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Das kommt mir bekannt vor. Beim letzten Mal hast du auch schon einen anderen Einbezirk zugeteilt, den ich gesichert hatte. Das ist ungerecht, dass das nicht noch mal passiert. Ja, machen wir auch nicht. Ne, das passiert jetzt viel mehr, weil das ja direkt gegenüber von ihr ist, Mann. Richtig, deshalb ist es ja in seinem Bezirk. Ja. 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 Komm, tanz mal an. Dann kriegen wir gleich noch eine tolle Zwischensequenz. Tja, wie sie... Die sind synchron ausgestiegen. Wow. Also die hier vorne, die ersten beiden. Die danach zwar nicht, aber... Das ist ein Gehmesbruch. Ja. 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 Woiii. Geil harus Neillade. Gut, komm, dann dr dann machst du das jetzt für ihre Bezirk. Ey, wieso ist das noch nicht. Muss ich jetzt noch mal mit ihm reden? Der hat doch gar nichts zu Lava,? Boi. Und den Waffending auch, wir brauchen ein neues Auto, das Auto-Upgrade. Stimmt. Scheiße, muss ich noch mal machen. Nee, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ja, weil ich... Fast hunderttausende. Easy. Achso. So, erstmal Muni. Achso, das ist automatisch. Ah, das ist ja cool. Muss man kein Geld ausgeben. Nice, Digga. Sexy. Das brauchen wir nicht. Nö, das passt. Mates. Brauchen wir das? Ja, mach einfach, wir haben genug Geld. Ja, mach. Bam. Einfach just for the lowest. So, da brauchen wir nichts. Nee, Sprengstoff wollen wir nicht. Sprengstoff ist so langweilig. Ja, vor allem, ich mach sowieso das meiste Stealth. Ja, ich versuch's auch. Also, ich wär jetzt nochmal für... ... 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